Knallen ab. Gleich bin ich tot. Was war das? Ey, sei mal ruhig. Na, hörst du das alles nicht, oder was? Ich verstehe das nicht. Ey, hast du mir gerade auf den Wands gehauen, Alter? Du hast mir gerade einen reingedrückt. Da ist Sergeant Down. Wieso das? Schau, sieht cool aus. Wie so ein Chap-Bug. Ja. Ach so. Ja, wie ein Chap-Bug. Boah, unter uns schäumt's. Alter, hat der Wasser. Oh, ein Säbel. Mhm. Ach, guck, ich spiele hoch. Ja. 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 Hoi. Haben wir Glück? Nee. Äh, Lasten Station? Mhm. Okay. So, diesmal habe ich die Köder ordentlich kalt gemacht. Ja, klar. Was denn? Ja, schauen wir, Korten. Uah, Alter. Wo geht man hin? Tja. Fort Kentrick, oder wie das heisst? Karmic, Fort Karmic. Glaubst du eine Munition? Ja. Also bei 215 und 220 hier. Du hast ein Medipack? Ja. Oh, Munition. Oh, Kütter. Ne, warte, ne, lass, ich steche ab. Achso, vier. Na gut, warte, ich steche zwei ab. Wenn ich mit Drängnis komme... Alter, jetzt hast du natürlich angestrachelt. ... 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 ich blute ja wahnsinn was sie das ist der wahnsinn nein ich was scheiße ich habe keinen ich habe kein medipack eingesteckt nein ja ja wirklich wirklich war heute ist erworben drinnen hinter dir also warte ich steche sie ab so komm lass uns medikit suchen wahnsinn alter er hast du mir gerade auf dem wanz gehauen alter du hast mir gerade reingedrückt ich denke das nicht ich habe sie spürt sehr schön es wird kasse gemacht so weiter ich habe jetzt nicht auf gepasst wahrscheinlich weniger weil du günstig der götter bist wolfskopf oder alter du hast ihn da ist ja schon dauern wieso das was ist da los was ist hier los wo sind die jäger alter hat er die lang gemacht wahrscheinlich hat mir viel zeit auf dem wanz geworfen was sie du musst jetzt hier bleiben bis zum bitteren ende da hinten ist auch eine falle pass auf ja die kann es entschärfen also wolfskopf ja wieso komme ich ja nicht weiter alter jetzt nehme ich das ding ich konnte nicht durch weil die falle mich blockiert hat bin ich so fett oder was aber jetzt komisch durchgepackt also wiki starten mit 3 2 1 vollgas nee jetzt hab los Alter, das war eine schwere Geburt, aber guck mal die XP schnalzen nach oben. Geil, hier zieht er es rein.